das ist ein Bruder die ganze Zeit nervt also denk wir mal das ist sehr wahr noch 20 Level Patty was? noch 20 Level jetzt ich hab noch 3 ja die können wir mal ändern hier die Kiste so 23 27 was? 27? ja so bücher von mir bevor du auch stirbst ne 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 guck mal tu mal deinen Spitzegrund ein Buch in den Zaubertisch kurz um zu gucken ob du Fortune bekommen dann gib mir ein Buch Effizienz 4 könnte ich haben mit 30 3 3 3 Power 3 Feather Falling 3 mh und in der habe ich gerade schon geguckt dann kannst du auch gut mein Bücher nach oben punch 1 punch 1 weißt du für Level 30 ist das? ja ja warum muss ich die jetzt verzaubern mhm da krieg ich weniger Level ne was? wenn du nix hast wenn du nix hast hast du weniger Level weil es hat genau 27 Level gekostet du Hurensohn oh Power 5 oh hä wieso ist Patties langer Lümmelbibel benutzt worden was ist denn das? mein Schwert warum ist das abgenutzt? wo ist denn dein Schwert? 6 3 3 3 3 3 3 4 4 6 3 um das zu ver- Alter dann ist das irgendwie doch nicht so effizient mit Büchern doch so abpflanzliches hatten wir schon ja dann haben wir jetzt zweimal so hier der Buch der Buch hier den Buch kannst du auch haben und? die Pfeile wo? dann kannst du alles wegschmeißen sehr gut hoffen neun Bogen und gucken wieviel das kostet es sind 36 mit dem anderen Bogen auch 36 ok dann macht es keinen Unterschied ich mach ein bisschen Clean Stone ne? ein bisschen ne? ein bisschen ein bisschen ja du legst extrem was denn? was denn? Moment. So, ich bin hier. Ja. Klar, das könnten wir auch noch eine machen. Das ist Clean Stone. An der Süd, an der Süd. Ja, das kommt hier rein. Den schmeiß ich in den Müll. Haben wir ja jetzt, ne? Die sind alle einfach krass. So, ich tue den Hop einfach auf den Baumaterialien. So. Cobblestone hab ich keinen mehr. Clean Stone. Soll ich nicht mehr den Power 5 gut mitnehmen, wenn ich den Messer geh? Oder geht's doch hin? Nuhuhuhuhuhuhu. Ah ne, du fragst mich halt nicht. Er soll. Er soll. Ach, schau bitte nicht. Hahaha. Ich werde mich lieben. Also, was ist jetzt besser? Ne, was war denn überhaupt? Äh, wenn mich besser lädt, gerade was runter. Äh, ne, genau. Was ich sagen wollte. Ich hab was für uns gekauft. Was denn? Willst du schreiben? Ja, aber, äh, Whatsapp bitte. Mein Handy hab ich jetzt grad, ne, nicht. Find's auch. Ja, aber sonst kann ich's nicht lesen. Okay. Dann sag ich's dir. Ja. Ja. Ja, was denn? Äh, für die Badewanne so, äh, sprudeldings. Also, so sagen. Also, so Badespaß. Ne, kein Badespaß. So für Erwachsen. Dunkeldorf. Aha. Aha. Der Furt's hier ein bisschen rum Fabian, was hast du getan? Das wird mir als die etwa Boden abbrechen. Ah, nein. Ah, nein. Ich hab's mit der Räger befreit. Hallo. Deine Mutter. Und kein dicker, und kein dicker, und kein dicker. Ja. Blöde Kuh. Hey, wie soll der sich nicht gewehrt? Der ist aber eine blöde Kuh. Ne, ich. Blöde Kuh. Hast du mir Brote zugeschmissen? Ah, ne, ich hab die glaub ich mal Pip. Hier hab ich den Bricksy getan. Hey, wie soll ich denn hier, gesagt, an der Seed? Was hab ich denn hier gemacht, wie die Pip hindert? Redstone. Okay. Bricks. Redstone. Macht's auch Sinn. So. Holz. Da. Da. Neue Pipsschwert. Pips Spitzhacke. Pips Schaufel. Und Pips Axt. Hey, wo ein Schild hin ist. Was? Wo dein Schild hin ist? Ah, sie fehlt. Und hier tue ich jetzt Glas rein. Eins, zwei, drei. Zack. Eins, zwei, drei. Glas. Gibt's Zeug jetzt auf die Kisten verteilt? Hm, hier hinten hab ich das hingetan. Rüstungen hab ich seine Rüstung hingetan. Und dann bei Werkzeuge seine Werkzeuge und der Rest bei Hindu Baumaträgen. Da weiß ich ja nicht. Mega. Polished. Ander sieht. Äh, da. Äh, Sand. Hatte ich da auch irgendwo? Hatte ich da auch eine coole Kiste gemacht, ne? Sand. Noch keinen? So. Kohlen lassen hier. Clean ist da jetzt. Hast du gesehen wo Clean Store jetzt ist? Ja. Gar nicht. Okay, alles klar. So. Hier läuft's. Kistenraum ist fertig, Müll ist fertig. Dann geht's mal ab. Raus. Raus aus dem Haus. Jetzt war mal genug im Haus. Sollen wir mal im Nether jetzt die Festung bauen? Komm. Ja, dann nimm dir Kavis doch mit. Ich, äh, bau was anderes da. Hm, hm, hm. Was willst du da bauen? Sachen ab. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Du gehst. Geht's aber garstig. Hm, hm, hm. Geht's jetzt, Marat. Machst du das schon ab? Ich find, äh, die Festungen immer wieder cool. Warte mal wieder Spaß zu machen zu gehen. Wir können ja auch noch mal in das Festung kommen. Wir können ja auch noch mal in das Festung kommen. Wir können ja auch noch mal in das Festung kommen. Wir sind ja direkt hier neben dem Sotter. Lustigerweise. Die neue oder die alte? Neue. Weißt du, du weißt aber, die alte ist. Distanz da weg. Stimmt, hier war ein Stück. Da muss man re-reloggen. Da muss man re-reloggen. Sag mal, wo ich die Popeln schmieren soll. Ähm. Dann steckst du den wieder in deine Nase drück. Ne. Ne. 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2